Hier werden unsere Prints produziert. Die sind das Herz und Hirn unserer Produkte. Damit die Elektronik lange und gut funktioniert, müssen wir in der Produktion auf einige Dinge achten. Zum Beispiel auf die elektrostatische Entladung. Die wollen wir hier unbedingt vermeiden. Sie kennen das Phänomen. Sie steigen aus dem Auto aus, greifen die Autotyre an und zack, es blitzt. Das ist eine elektrostatische Entladung. Für Elektronikbauteile wäre das der Super-GAU. Beim Berühren eines Bauteils reicht eine viel geringere Entladung und so ein Bauteil wird defekt. Das wollen wir komplett vermeiden. Aus diesem Grund tragen die Mitarbeiter hier in der Produktion eine ESD-Schutzausrüstung. ESD steht für Elektrostatic Discharge, also elektrostatische Entladung. Mit dem Personal Grounding Tester kann diese Schutzausrüstung getestet werden, ob sie wirklich funktioniert. Erst dann können die Mitarbeiter mit der Arbeit beginnen. Auf unserem Prints sind zu 99 Prozent beide Technologien gebaut, sowohl SMD als auch THT-Bauteile. Wir haben letztes Jahr hier 2,6 Millionen Prints produziert. Bei der SMD-Technologie ist es so, dass zuerst die Lötpaste mit Siebdruck auf die Leiterplatte aufgetragen wird und dann werden diese mini kleinen Bauteile von diesen Automaten hier bestückt. Komplett automatisiert natürlich. Dann geht es weiter in der THT-Bestückung. Da geht es dann um diese betrateten Bauteile. Die meisten werden da per Hand bestückt, zum Beispiel, wie man es hier sieht, von den flinken Kolleginnen hinter mir. Wenn die dann damit fertig sind, kommen die Prints auf eine Förderbahn und das bringt die Prints dann in die Tunnelwellen-Lötermalke. Um die Qualität in der Elektronik zu garantieren, wird jeder Print und seine Bauteile geprüft. Bei Prototypen und kleinen Serien wird der Flying Probe Tester verwendet. Die vielen kleinen Pins fahren automatisch zu den Bauteilen hin und testen diese. Bei den großen Serien verwenden wir einen Adapter, der extra angefertigt wird. Mit diesen vielen kleinen Nadeln wird der Print mit einem Handgriff geprüft. So geht das auch viel schneller. Und dann kommt noch etwas ganz wichtiges, damit unsere Produkte zuverlässig in allen Klimazonen funktionieren. Die Lackierung. Die meisten Prints werden tauchlackiert und sind so bestens vor Korrosion oder Verschmutzung geschützt. Was diese Cutter Coaching Kärtchen bedeuten, wird uns Thomas Herndler erklären, der in der Geschäftsleitung den Bereich Fertigung verantwortet. Gemeinsam mit unseren drei Business Units verantworten wir ein sehr breites Produktportfolio. Und wir haben bei Fronius auch eine sehr hohe Fertigungstiefe. Diese Komplexität, welche es sich ergibt, benötigt ein sehr professionelles Shopfloor-Management-System. Ein Teil aus diesem Shopfloor-Management-System ist unser Cutter Coaching. Wir sehen das hier hinter mir. Hier arbeiten Führungskräfte gemeinsam mit ihren Mitarbeitern an wichtigen Projekten. In gemeinsamen, strukturierten Gesprächen wird hier kurzzüglich auf die Ziele eingegangen und auf Änderungen sofort wieder reagiert. So können wir eine nachhaltige Umsetzung dieser Projekte sicherstellen.